Galina Konstantin Ich bin in Zug 681 von Bratislava nach München. Wir sind entführt worden. Von Mason Cope. Ich suche hier nur jemanden. Eine Frau mit dem Namen Galina Konstantin. Wenn er mich findet, bin ich tot. Was zum Teufel ist das? Das Zeug heißt SP43. Es handelt sich um eine mutierte Pockenart. Ich muss sofort den Zug anhalten. Wir müssen sofort die Glänze räumen. Los, aus! Los! 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 Vielen Dank.